Guten Morgen, ich habe ein voll liebes Paket bekommen und zwar von der Cecile. Das Paket, das man da im Hintergrund sieht, das werde ich jetzt gleich mal aufmachen. So, schauen wir mal rein. Yay! Ich freue mich. Meine absolute Lieblingssüßigkeit. Danke, Cecile. Und hier ist einfach mega viel drin. Ein halfter Strick, leckerli. Wahnsinn, mega lieb. Mega übertrieben. Viele Sachen, tausend Dank. Jetzt müssen wir gleich den Brief durchlesen. Voll lieb, dein Brief ist sie. Da steht nämlich, liebe Anita, ich weiß, dass du immer sagst, wir brauchen dir nichts schicken, aber hier fünf kleine Geschenke. Kleine. Voll schön, da sind auch meine Pferde gezeichnet. Dankeschön. Oh Gott, so beginnt ein richtig toller Tag. Vielen lieben Dank für das schöne Paket. Yummy. Ich werde gerade von meinen Katzen belagern. Ja, das ist Kristall und das ist der große Maui. Meine zwei hübschen. Ich sehe es jetzt gerade da mit meiner Kamera und zwar mit meiner Legrea Mini X, die mittlerweile jetzt glaube ich schon zum dritten Mal kaputt geworden ist. Der Deckel lässt sich nur so händisch auf und zu machen und das gehört nicht so. Und habe dafür jetzt, hier war es zum Aufschrauben hier, so ganz kleines Werkzeug. Ich hoffe, das ist klein genug. Und von der super lieben Serenity Horses Just Serenity ein Anleitungsvideo. Das mache ich jetzt. Die einzelnen Schrauben schreibe ich dann auf, wo die sind und klebe ich sie dann daher, so Post-its. So, jetzt machen wir das mal auf. Wow, das geht schon auf. Oh mein Gott. So sieht die Kernanleger Mini X von innen aus. Ein bisschen schmutzig. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mit so einer Bürste drüber, glaube ich. Hier siehst du die einzelnen Schrauben. Jetzt ist mein Freund auch hergekommen und hilft mir jetzt gerade dabei. Weil er das ja gerade nicht zum ersten Mal macht. Oh Gott. Die Kamera ist schon komplett zerlegt. Oh Mann. Und jetzt kommt hier der schwierigste Part. Und so, damit diese Klappe auch aufgeht, muss man die irgendwie so komisch einhängen. Aber das erklärt die Steffi gut in ihrem Video. Eine gute Hilfe ist Kristall, die jetzt auch dabei ist und da jetzt unbedingt zuschauen möchte. Ich habe meinem Freund jetzt da noch ein Licht hin. Meine Kamera funktioniert wieder. Schau mal. So. Aus. Und wieder ein. Yay. Und die Klappe geht auch nicht zu. Juhu. Eine mega liebe Zuschauerin hat mir Pferdesticker geschickt. Und diesen Pferdesticker werde ich jetzt gleich hier auf meine Kamera kleben. Tatatata. Pimp my camera. Ich möchte mich an dieser Stelle auch unbedingt bedanken an so viele unfassbar liebe Kommentare und liebe Mails zu meinem Trainingsbuch. Und hier ist so ein kleiner Einblick in das Buch. Hier sieht man das Impressum. Und da geht es schon mal los. Und die ersten Worte sind meine typischen ersten Worte wie in jedem Video. Hallöchen, ich bin Sanita vom Channel Anita Girl Entertainment. Falls du noch mehr aus meinem Buch sehen möchtest, dann schreib mir gerne. Das war es mal für heute. Ich muss jetzt ins Bett, weil morgen muss ich ganz früh auf.